Oh, wo bin ich? Dock 2b Ah, okay, von Nicht-Mod-Servern So, wir können hier mal gucken, irgendwie Sollte man wohl hier irgendwas bekommen Ein Sturzhelm Naja, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht Chemikalien Das ist alles nicht zum Looten Können wir alles hier durchgehen Äh, zack Treibstoff, dann kommt jetzt die Luga weg Das nehmen wir mit Wow, hier war ich tatsächlich noch nicht Nein Gewebe Gewebe Das war's. Wollen wir den anderen da weg holen? 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 Junge, Junge, Junge. Das war... Knapp. Die kann weg, das kann mit. So, dann gucken wir uns schnell die anderen an. Okay. Und dann... hab ich den da noch. Der ein bisschen... größer ist. Wow. Wow. Warte mal. Den kann ich ja wieder mitnehmen, ne? Ja. So. So. Und dann nehmen wir hier mein Krammage. Das hauen wir uns rein. Das lief doch gut. Oh, hier ist noch so ein Bunsenbrenner. Oh, du. Ich hab schon einen. Warte mal. Äh, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Ähm. Wie machen wir das? 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 Die kam weg. Dann kam das weg. Und das Kabel kam weg. Und dann kam das mit. Oh, hier liegt ja noch einer. Oh mein Gott. Äh, weg mit. Ähm. Das weg. Das mit. Den Helm würde ich gerne mitnehmen. Dafür kam das weg. Und das weg. Und jetzt muss ich raus. Und das ist schnell. Das ist immer noch schade. Das, was hier immer noch nicht raus kann. Was ist das? Was brauchen wir denn? Ach, 7, 6, 2 habe ich jetzt nicht mitgenommen. Egal. Das ist, was ich jetzt noch ganz schnell hier. Was? Alter, ich werde einfach direkt beschossen, ey. Moment, wie mache ich das? Da hinten ist ein Ausgang Das meine ich Das ist, wenn man hier noch nicht raus Also raus ist man erst, wenn man mit dem Schiff Abhaut Aber er fliegt weg Er fliegt weg Was gerade ganz gut ist Hier vorne war ein Ausgang, den werde ich mir schnappen Hat er echt auf mich gewartet Aber er hat mich nicht bekommen So und er hat auch Anscheinend nicht die Rettungskapsel gezündet Um an Bord zu kommen Um mich Auf meinem Schiff Ich Zu erlegen, was zu machen Döten Mir mein Loot abzunehmen Mein Schiff zu kapern Damit dann zu entkommen Ich habe auch Alter, ich habe Alter, unten rechts Ich habe nur noch ein HP mit meinem Schiff Gut, ich könnte es jetzt reparieren Raus So schnell wie möglich Ich möchte meinen Loot Meinen wohlverdienten Loot Mit nach Hause bringen Raus Wie schön Ja, das ist Exit Camping 2.0 Was der gemacht hat So, ich habe drei Spieler rausgenommen Schade, dass nicht angezeigt wird Wie die heißen Aber Das war nicht verkehrt Was haben wir denn an Ausrüstung Also wir sind mit einer Pistole rein Ein bisschen Und einen kleinen Rucksack Und so wieder raus Geil Lady Dies Gäste Läuse Gäste Ad Das Ar Perché Ich spécial J